Ich zeige jetzt eine Variante zum Abketten, im Gegenteil von elastisch, eher kräftig und stramm. Das wird auch ab und zu mit esländischen Pullovern, wo man auch den Rand richtig stramm haben möchte, damit es nicht ausleihe. Also, ich habe schon ein Stückchen angefangen. Stellen Sie vor, dass es eine erste Masche ist. In der erste, wie zum Linkstricken, schnappen Sie die zweite, wie zum Richtstricken, raus aus der erste, stricken Sie die rechts und beide Maschen von der Nadel weg, die neu gestrickte wieder zurück auf die linke Nadel. Wir können auch die Nadel hier gleich lassen. Schnappen Sie wieder die nächste Masche, ziehen Sie hier durch, stricken Sie rechts, beide weg von der Nadel und wieder zurück. Von der Nadel nehmen und die wieder zurück auf die Nadel. Gehen die erste, wie zum Linkstricken, zweite, wie zum Richtstricken, ein Strichen rausziehen, rechts stricken, beide von der Nadel nehmen und die erste wieder zurück auf die linke Nadel. Gleich die zweite schnappen, rechts stricken, beide ab, die erste zurück. Zweite schnappen, rechts stricken, beide ab, schnappen, stricken, ab, zurück. Und die zwei letzten. So, jetzt schauen Sie diese Kante, die sind wie links gestrickte Kante. Ziemlich stramm, wenig elastisch, elastisch wird ziemlich gut, denn die Kante halten, leiert nicht aus für Outdoor-Jacken, das ist oder für schwere Mäntel, das ist genau richtig.